Erst dadurch, dass unsere Gefühle sich ihrer selbst bewusst werden, entsteht das Geistige. Das ist ein Zitat von einem italienischen Philosophen, Campanella, und zitiert aus dem Buch von Richard David Precht, Erkenne dich selbst. Erst dadurch, dass unsere Gefühle sich ihrer selbst bewusst werden, entsteht das Geistige. Der Grund, oder das Ursprüngliche in diesem Sinne, wären dann die Gefühle. Gefühl an sich ist da und fließt. Das Gefühlsmäßige, das wir spüren können, ich nenne das sehr gerne das Spürbewusstsein, ist immer wieder da. Alles ist Gefühl. Und Gefühl ist in dem Sinne Seele, das Seelische im Einzelnen, wie auch das umfassende Seelische, das mit dem Einzelnen verbunden ist. Von den Gefühlen sind wir als Menschen genährt. Das ist der Sinn unserer Existenz. Das ist das Grundlegende unserer Lebendigkeit. Quasi die Urform und die ursprüngliche Form, die immer wieder da ist und in dem Sinne hintergründig ist, die uns überhaupt leben und damit existieren lässt. Da sind unsere Bedürfnisse drin. Das ist das Gefühlsmäßige, das da ist an sich. Also die Grundlage an sich, um das nochmal zu unterstreichen. Werden die Gefühle bewusst, werden sie zu Geist. Das Entscheidende ist hier der Bewusstseinszustand. Ich werde mir bewusst, dass ich Gefühle habe. Ich bemerke diese Gefühle, ich nehme sie also wahr, durch meine Wahrnehmung, innere wie äußere Wahrnehmung. Und sie werden mir dadurch bewusst. Und interessant ist natürlich, wir werden uns an anderer Stelle damit beschäftigen, was ist ein Bewusstseinsprozess oder was ist ein Bewusstseinsvorgang. Bewusst ist, ich denke darüber. Ich sage immer wieder, Gedanken sind unvermeidlich. Und alles, was wir in unserem Lebendigsein erfahren und erfassen, das denken wir gleichzeitig oder parallel. Ich kann klein denken, ich kann groß denken, ich kann umfassend denken, analysierend in einer Metaposition denken. Also in dem Sinne einer absoluten Abstraktion. Aber ich denke, es sind Gedanken vorhanden. Und Gedanken sind ja nichts weiter als Assoziationen der Bewusstwerdung dessen, was da gerade da ist. Also was in der Wahrnehmung vorhanden ist. Und damit eben auch hier der Gegenstand der Gefühle, die wie gesagt grundlegend für unsere Existenz ist. Bewusst ist es, um es nochmal zu sagen, ich denke darüber. Mir fällt etwas dazu ein. Es entsteht eine Resonanz. Denken ist in dem Sinne wie ein Hall, wie ein Echo und damit ein Symbol. Und ein Symbol ist nichts weiter als eine Verständnisebene. Also eine Ebene, die über etwas nachdenkt, die etwas hineinprojiziert, die etwas entwirft, die ein Abbild dessen ist. Ein Symbol als Abbild dessen. Symboläen, griechisch, hineinwerfen und damit abbilden ein Abbild dessen ist, was eigentlich der Ursprung ist. Das ist das Interessante an Bewusstseinsprozessen, dass sie Abbildungsebenen dessen sind, was einmal ursprünglich ist oder was einfach rudimentär vorhanden ist. Also wirklich, wenn wir diese Metapher nehmen, Echo oder Hall, dann trifft es das ganz gut. Und da ist ein, stell dir vor, eine Melodie, ein Rhythmus, ein Trommelrhythmus, der schallt in den Wald hinein. Und der Wald ist dadurch die Bewusstseinsebene, die etwas reflektiert und daraus entsteht ein Echo. Das heißt, wir werden dessen gewahr, was da dann passiert. Und dieser Gewahrwerdungsprozess auf diesen unterschiedlichen Ebenen von Bewusstwerdung, der ist interessant. Und das ist natürlich auch ein geistiger Prozess, der in dem Bewusstsein da ist. Also werden wir der Gefühle bewusst, werden sie zu Geist. Das heißt, ich kann es analysieren, ich kann es darstellen, ich kann es in Worte fassen. Es hat kognitive Grundeinheiten damit, wenn wir diese Begriffe hier hineinnehmen. Und das ist ein Bewusstseinsakt, ein Bewusstseinsprozess. Bewusst ist, ich denke darüber. Und Denken ist, wie gesagt, ein Hall, ein Echo, ein Symbol und damit eben eine Verständnisebene. Insofern ist all das nichts weiter als eine Erweiterung dessen, was die reine Gefühlsebene, damit die reine seelische Ebene oder vielleicht dann auch das Hintergründige in Form der Leere oder des Eins, das Eins, das habe ich ein paar Mal schon deklariert auch zu sagen, oder das Göttliche, können wir gerne nehmen. Leider ist göttlich oft mit etwas besetzt, was vielleicht dann auch sehr, sehr schnell in das falsches Fahrwasser führen kann. Also nichts weiter als das, was eben in einer Grundexistenz da ist, wenn wir jetzt nochmal eine Metapher nehmen, nämlich den Urknall. Das heißt also, der Urknall, den wir natürlich vor 13,5 Milliarden Jahren veranstalten, eigentlich so etwas wie immer ständig stattfindet. Weil Raum und Zeit hat nur eine bestimmte Ebene von, ja eine bestimmte operationale Ebene, aber in Wirklichkeit gibt es ja Schöpfungsakte und darum geht es hier bei dieser Urknalltheorie oder dem, was wir mit Bewusstsein meinen, findet das ja ständig statt, also findet ja ständig eine Schöpfung statt. Das heißt also, es geht aus von dem leeren Zustand, von dem Eins-Zustand, aus dem sich dann viele andere Zustände ergeben und damit eben verschiedene Bewusstseinsmöglichkeiten existieren und dadurch Verständnisebenen geschaffen werden. Es ist nichts weiter, als dass eben eine bestimmte Aktion eine Reaktion auslöst und damit eine Wirkung hat, eine Aktion hat eine Wirkung. Und das ist Bewusstsein oder das sind Bewusstseinsprozesse und Ebenen. Also eine, wir könnten es auch so ausdrücken, eine Deklaration des Gefühlten. Und eine Deklaration des Gefühlten ist also das, was Sie in Worte, in Begrifflichkeiten fassen können, ist das, was wir als Ausdruck dann entstehen lassen können. Deswegen ist es zum Beispiel in der Psychotherapie so wichtig, dass Menschen mit diffusen Gefühlen, mit sie vielleicht auch überwältigenden Gefühlen umgehen können und sie lernen, in Worte zu fassen. Und wenn Sie sie in Worte gefasst haben, dann ist das natürlich ein gedankliches Konstrukt. Wie gesagt, Gedanken sind unvermeidlich und das ist eine Bewusstseinsebene, die mich praktisch auch erlöst oder mich davon loslöst, was ich ursprünglich oder immer wieder fühle. Die Gefühle fließen, sie sind praktisch eine Einheit des Lebendigen, sie bedingen das Lebendige, aber sie können eben herausgesetzt werden aus diesem typisch Lebendigen hinaus in einen gedachten Zustand, in einen verbal deklarierten Zustand. Und damit, und das ist was ganz Entscheidendes an dieser Stelle, ist Bewusstsein im Geistigen etwas sehr Flexibles. Wenn ich etwas sagen kann, wenn ich etwas denken kann, dann kann ich es auch flexibel denken und sagen und unterschiedlich assoziieren und proklamieren. Ich kann daraus also etwas konstruieren. Und damit können wir sagen, wie alles Schöpferische schöpft das Eine, die Gefühle, wenn wir jetzt einen Fortgang nehmen, also dieses deklarierte Eine oder das Göttliche oder das Leere, da bin ich sehr großzügig in diesen Begrifflichkeiten, das Eine eben schöpft die Gefühle und die Gefühle wiederum das Geistige und das Geistige eben das Existenzielle. Erst durch das Geistige in unserer Existenz sind wir auch gewissermaßen befreit von unseren Gefühlen. Wir sind gleichzeitig durchdrungen, aber auch befreit von unseren Gefühlen und dadurch flexibel. Und das ist dann eben das Existenzielle an sich, unser Sein oder das, was wir eben aus unserem Sein, aus unserer Existenz machen. Also eine Ebene schöpft weitere Ebenen. Der Sinn von Schöpfung ist, dass das Schöpferische sich immer weiter schöpft. Also sich in dem Sinne auch nicht verliert oder in dem Sinne begrenzt ist, sondern ein Schöpfungspotenzial, ein anderes Schöpfungspotenzial nach sich zieht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich diese unterschiedlichen Schöpfungsebenen und damit Bewusstseinsebenen wechselseitig durchdringen und bedingen. Das heißt, Gefühle begnügen sich nicht mit sich selbst, sondern die Natur der Gefühle ist, dass sie sich weiter formieren, in dem Sinne, dass jegliche Existenz stets weiter in einer Dynamik fließt. Alles, was je bewusst werden kann und damit geschöpft werden kann, ist ein dynamischer Prozess, ein fließender Prozess. Das heißt, Schöpfen will fortschreiten, um erfüllt zu sein. Das ist der Punkt. Und das Fortschreiten ist sicherlich etwas Zirkuläres, das also wieder eingeht in die Lehre, meinetwegen, also im Sinne jetzt auch, wenn wir buddhistisch denken, im Sinne eines Kreislaufes, der alles als rund sieht und damit als Punkt sieht. Und der Punkt an sich ist dann vielleicht auch die Lehre oder gar nicht definierbar als Punkt. Aber es ist ein ewiger Prozess des Fortschreitens und Bewusstwerden. Um tatsächlich erfüllt zu sein oder letztendlich das Ganze wirklich zu begreifen, um was es geht. Also wirklich ein großes Bewusstsein darüber zu haben, damit eben erleuchtet zu sein, meinetwegen, um zu sehen, ja, so ist Existenz oder so schöpft sich das alles. Und damit ist eben, wenn wir da noch weiter schreiten, die absolute Erfüllung, die Lehre oder die Liebe an sich, wenn wir diesen Begriff hin mit hineinnehmen, oder Gott oder das Göttliche an sich als Gottprinzip. Viele drücken das auch als Universum heutzutage aus und sagen dann, das ist das Universum und solche Geschichten. Das sind alles beliebige Begriffe, die man nebeneinander stellen kann. Vor allem deswegen beliebig, weil wir als Menschen diese Dimension gar nicht begreifen können, weil wir in ihnen existieren und in ihnen ruhen. Das heißt also, sie bedingen uns, sie erfüllen uns und damit sind wir ja das Göttliche an sich oder Teil des Göttlichen oder verbunden damit. Aber es ist eine Ebene, die wir nicht durchschauen und die wir auch nicht können. Aber wir können uns dieser Ebene annähern. Das können wir mit unserem Denken oder mit unserem Dasein oder der Gewahrwerdung unseres Daseins. Also wir haben eine Sitzmeditation, wenn wir das als Einfachstes nehmen, wo wir nur da sitzen und gewahr werden, was so läuft und dadurch kann ich das alles durchdringen und mir dessen bewusst werden. Und wenn wir das so sagen, die absolute Erfüllung ist die Lehre oder das Göttliche oder Universum oder was weiß ich, das führt dann wiederum dazu, dass eben daraus alles andere geschöpft wird im Sinne eines Kreislaufs, der stattfindet. Also in dem Sinne auch eines Schöpfungswillens, der immer die Intention hat, sich zu bewegen und daraus etwas zu formen, etwas zu machen, das eben existenzielle Bedingungen hat und das natürlich in der Existenzform auch begrenzt ist, also auch raumzeitlich begrenzt und damit im Lebendigen begrenzt ist, um wieder zu dem Tiefen zu finden, also zu der Lehre dem Göttlichen, dem Universellen zu finden. Also ein ewiger Kreislauf, der stattfindet im Bewusstwerden all dessen, wenn wir das mal so salopp formulieren. Erst dadurch, dass unsere Gefühle sich ihrer selbst bewusst werden, entsteht das Geistige. Ein Zitat von dem Philosophen Campanella zitiert aus dem Buch von Richard David Brecht Erkenne dich selbst.